Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie! Dennis, Toni Port. Dennis, wenn du über deine ganze Karriere mal so eine Rückschau anguckst, kriegst du zusammen bei wie vielen Vereinen du gespielt hast in der ganzen Zeit? Oh, das ist schwierig. Gute Frage. Genau weiß ich das gar nicht, aber ich glaube es müssten so zehn bis zwölf gewesen sein mit Jugendverein ungefähr. Würdest du sagen, der Begriff Wandervogel trifft auf dich zu? Kann man schon so sehen als Außenstehender. Für mich waren natürlich immer verschiedene Beweggründe, weswegen ich den Verein gewechselt habe. Aber so als Außenstehender bei so vielen Vereinen in kurzer Laufzeit kann man schon Wandervogel, glaube ich, sagen. Geld auch ein Faktor gewesen? Sicherlich. Im Profibereich spielt Geld eine große Rolle. Da ist die Geldrolle eine entscheidende und nicht der Wohlfühlfaktor unbedingt. Ich glaube, die Mischung macht es. Du hast ja ein Jahr für deinen Heimatverein gespielt, richtig. Bist dann in die Trainerrolle gewechselt. Hast die Schuhe jetzt aber auch ab und zu mal wieder angezogen. Eigentlich hattest du gesagt, du willst nicht mehr spielen. Das hat es trotzdem jetzt gemacht. Braucht die Mannschaft dich? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe letztendlich aus der Not geboren gespielt, weil viele Spieler jetzt auch aus der Schule raus sind, jetzt Studium am Oktober anfangen und jetzt noch die Urlaubstage nutzen. Einige verletzte, angeschlagene Spieler, sodass ich dann wieder die Schuhe schnüren musste. Möchte ich in der ganzen Saison nicht machen, aber vereinzelt werde ich es natürlich machen. Juckt auch noch in den Füßen. Natürlich bin ich erst 33 und könnte sicherlich noch auf guten Niveau ein paar Jährchen Fußball spielen. Aber ich freue mich, dass ich jetzt in der Trainerrolle angekommen bin. Du sagst, du hättest noch spielen können. Wieso hast du dann diesen Weg genommen und gesagt, okay, ich werde jetzt Trainer und hast nicht weiter vielleicht genug Vereine, die, glaube ich, auch gesagt hätten, Torni nehmen wir nochmal für ein, zwei, drei Jahre? Ja, also dadurch, dass ich vor drei Jahren knapp meine eigene Fußballschule mit Eric gegründet habe, bin ich natürlich jetzt auch schon voll in der Trainerrolle drin. Ich habe als Spieler zuletzt auch immer mich in die Trainerrolle hineinversetzt, sage ich mal, und bin eigentlich in der ganzen Karriere verletzungsfrei geblieben, aber habe keine großen Verletzungen gehabt. Und man braucht es ja auch nicht hinaufbeschwören. Deswegen habe ich dann den Umsprung geschafft vom Spieler zum Trainer da sein und möchte dort jetzt meinen Weg gehen, hier im Hamburger Amateurbereich und fokussiere mich komplett auf die Trainerrolle jetzt. Du bist jetzt quasi in der Kreisliga gelandet. Du siehst dich aber wahrscheinlich nicht als Kreisligatrainer oder auch als Kreisligaspieler. Wo soll dein Weg hingehen, vor allem als Trainer? Ja, also ich sehe mich nicht als Kreisligaspieler und auch nicht als Kreisligatrainer, das ist richtig. Das ist, wie gesagt, mein Hamburgverein, der Düneberger SV. Ich habe sehr viele Verbindungen dort mein Leben lang hingehabt. Die haben mich ausgebildet und ich habe immer gesagt, dass ich dorthin zurückgehe. Und ja, freue mich jetzt, dass ich bei Düneberg bin. Aber mein langfristiges Ziel ist natürlich, in Hamburg zu bleiben, in den oberen Bereichen. Ich sage mal, Tuss Dassendorf, Oberliga Hamburg, das ist schon mein Ziel. Und da möchte ich irgendwann auch anfangen. Wenn man dem Buschfunk glaubt, war es auch gar nicht so weit entfernt, dass du Trainer in Dassendorf wirst, noch in deiner aktiven Zeit. Sag doch etwas dazu mal. Ja, also ich habe mich in Dassendorf sehr wohl gefühlt, komme auch immer wieder gerne zurück, gucke die Spiele gerne an. Und wir haben in der Mannschaft da, viele meiner Mitspieler haben da immer rumgeflaxt, macht auch den Trainerjob, macht auch bei uns Trainer. Aber ich glaube, das war einfach auch noch ein bisschen zu früh. Und wenn ich das in ein paar Jährchen dann eventuell machen kann, wer weiß, ob sich die Gelegenheit mal bietet, dann bin ich immer zu Gesprächen bereit. Das weiß Cobra. Und ja, mal sehen, was passiert. Wenn du deine ganze Karriere jetzt nochmal wirklich Revue passieren lässt, auch deine Aktive, was sind so vielleicht die verrücktesten Momente oder der verrückteste Moment, vielleicht auch der verrückteste Verein, Stichwort vielleicht FC Süd, bei dem du gespielt hast, was ist hängen geblieben? Der verrückteste Verein ist ganz klar St. Pauli gewesen. Also was da für ein Trubel geherrscht hat, sag ich mal, das war schon im Gegensatz zu Holstein Kiel vorher, war das schon eine andere Hausnummer. Da waren einzelne Trainingseinheiten nur für Autogrammbeschreiben und Posterbeschriftung und sowas. Das kannte ich vorher so nicht. Und das war natürlich schon was ganz anderes als vorher, wenn man da auch am Müllern-Tor vor 20.000 einläuft. Das ist schon was Besonderes. Ja, FC Süd war, hat gepasst einfach das eine Jahr, hat nichts mit Fußball zu tun gehabt, war einfach FC Süd, sagt der Name ja schon, FC Hollywood, wurde da immer zugesagt. Das war ein Jährchen, aber das ist nicht weiter erwähnenswert. Euer großes Ziel jetzt bei Düneberg ist der Aufstieg. Was glaubst du, was muss noch passieren, damit das realisiert wird? Oder sagst du, ihr seid eigentlich gut genug, um das jetzt durchzuziehen? Ja, also ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben eine gute Mannschaft, wir trainieren sehr gut, sind sehr wisstigierig die Spieler, nehmen sehr alles an, was wir im Trainerteam vorgeben. Wir trainieren, glaube ich, für ihre Verhältnisse, was sie so nicht kannten, sehr hart. Also ein bisschen besseres Training als was Kreisliga-Mannschaften normal haben, würde ich mal so behaupten. Und ich glaube, dass wir mit der Mannschaft auf jeden Fall aufsteigen können. Das ist unser Ziel, das ist das Ziel vom Verein und auch die Mannschaft möchte unbedingt aufsteigen. Und ich glaube, von daher sind wir da auf einem guten Weg. Toll, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg mit Düneberg und du gehst natürlich nicht mit Lerne her, du kriegst von uns nochmal ein Geschenk, einen super tollen Becher von uns. Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg. Super, Dankeschön. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie. Das Video wurde Ihnen präsentiert von Glasmeier. ... Vielen Dank.